Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Winke Bönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Pappbilderbuch von Katharina Bushoff vorstellen. Mika kann das ganz allein. Es ist im Fischer Verlag 2015 erschienen und es wird für Kinder ab zwei Jahren empfohlen. Es umfasst 14 Seiten, hat Papa-Ausgabe und kostet 8,99 Euro. Das Buch gehört in die Reihe um die Kinderbuchfigur Mika. Das ist ein kleiner Junge, so circa zwei Jahre alt. Und Katharina Bushoff, die auch die Bilder für das Buch illustriert hat, hat hier fünf kleine Geschichten um Mika in dem Buch versammelt, die alle aus dem Alltag eines Zweijährigen gegriffen sind. Hier sehen wir die ersten beiden Seiten. In einem kleinen Text wird die Familie vorgestellt, also Mika, seinen Vater, seine Mutter und sein Kuscheltier Knuffel. Und hier links haben wir so eine Art Inhaltsverzeichnis mit solchen kleinen Fotoähnlichen Bildern. Da kann man die Geschichten, um die, die sich dann in dem Buch versammelt sind, hier nachlesen. Also es geht darum, dass Mika sich versteckt, selber laufradfährt, sich selber anzieht, auf einer Mauer spazieren geht oder einem Turm baut. Also ganz typische Geschichten aus dem Alltag eines Zweijährigen. Schauen wir uns mal eine Geschichte an. Hier geht es um Mika zieht sich an. Er zieht sich selber an. Also ein Thema, was ganz groß ist bei den Kindern in diesem Alter, die sich selber anziehen wollen und dann ganz gerne auch mal verrückte Sachen dabei machen. Man sieht gleich, dass es in solchen kleinen Abschnitten mit so einem umrandeten Bild und mit einem Satz als Text dazu die Geschichte erzählt wird. Und man kann die hier so Stück für Stück lesen. Das ist richtig prima gemacht, weil alles auf zwei Doppelseiten passt, gut übersichtlich ist und den Kindern klar ist, hier fängt es an, dann kommt das nächste und da und so geht das immer weiter. So wir eben ein Buch lesen, wie es bei uns üblich ist. Und ja, die Geschichten sind ganz kurz und knapp, aber schön gemacht. Also Mika zieht sich hier selber an. Erst nimmt er so eine Unterhose als Mütze, dann zieht er den Pullover, das neue Hose an, dann die Ärger verkehrt rum, zum Schluss die Schuhe von der Mama und schon ist Mika fertig und hat sich alleine angezogen und strahlt. Die Bilder sind sehr realistisch und doch farbenfroh gemacht. Also wir sehen immer so einen hellen Hintergrund, da lenkt nichts ab. Die Details sind auf das reduziert, was für die Geschichte notwendig ist, aber wunderschön ausgearbeitet und klar erkennbar, was für die Kinder in dem Alter wichtig ist. Und es gibt natürlich auch das Ganze ein bisschen mit Humor, als das sich jetzt Mika falschrum anzieht. Das finden die Kinder schon witzig. Und sie können die Geschichte ohne das Vorlesen erkennen und selber, so sagen, sich erschließen. Der Text beschränkt sich immer so auf ein, zwei kurze Sätze, die klar sind und deutlich. Da gibt es nichts Kompliziertes, keine komplizierten Wörter aus dem Alter, die die Kinder verstehen. Und wunderbar gemacht. Hier sehen wir mal einen Blick in die zweite Geschichte. Das erinnert ein bisschen so an die Clara Bücher von Cornelia Hansenowicht. Oder auch an Luise Holthausens Oskar Bücher, die ähnlich aufgemacht sind. Also in einem wirklich schönen Format. Stabil sind die Pappseiten. Da können die Kinder auch damit mal etwas gröber umgehen. Das sind kleine Geschichten, die wir, wie gesagt, aus dem Alltag erzählen. Und einfach auch wunderbar hier illustriert für die Kinder. Gut begreiflich in allem. Also wunderbar gemacht, das Buch. Empfehle ich sehr gerne. Das kommt auch bei den Kindern gut an. Und deswegen gibt es 5 von 5 Sternen. Wie immer gibt es in der Infobox den Link auf die Rezension im Blog. Und die ganzen Buchinformationen zu dem Buch. Empfehle ich sehr gerne. Mika kann das ganz allein von Katharina Boshoff im Fischer Verlag erschienen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Bilderbuch oder mit einem anderen Kinder- oder Jugendbuch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihr Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihre Wenke Bönig. Bis zum nächsten Mal.